Hier geht es heute um eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und dies sollte sehr ernst genommen werden, denn es ist der Kern der Evolution des Bewusstseins, die wir momentan erleben. Es wird viel über Liebe und die Kraft positiver Emotionen gesprochen, aber was bedeutet das konkret? Hier geht es heute um die Kraft des Herzens. Welche Bedeutung hat das Herz? Warum ist es wichtig? Womit hängt es zusammen? Auf mikroskopischer Ebene beginnt der physische Körper als Zelle, also mit der geometrischen Form einer Kugel. Diese multipliziert sich nach innen, um ihre eigene Geometrie zu verstehen. Sobald dies geschehen ist, findet eine Expansion nach außen statt. Dann entwickelt sich der Körper weiter zu einem vierzelligen Organismus in Form eines Tetraeders. Daraus wird dann ein Stern-Tetraeder, der für das Ei des Lebens steht. Hier sieht es eher aus wie ein Würfel, aber wenn man ihn dreht, erkennt man die Stern-Tetraeder-Form. Diese Form hat acht Zellen. Aus metaphysischer Sicht ist das die Basis der acht Chakren in der Oktave des Körpers. Danach entsteht ein Zellhaufen, aus dem sich dann eine toroidale Form bildet. Das Zentrum dieses Torus ist der Ort, an dem das erste Organ entsteht. Das Herz. Wenn ein Körper entsteht, ist das Herz also das erste Organ. Was ist sonst noch interessant daran? Das Gehirn und das Herz kreieren beide elektromagnetische Felder, aber das des Herzens ist das weitaus stärkere. Es ist elektrisch hundertmal und magnetisch bis zu 5000 mal stärker als das Gehirn. Das ist deshalb wichtig, weil die Realität, in der wir leben, unter anderem aus diesen elektronischen und magnetischen Feldern zusammengesetzt ist. Schauen wir uns jetzt die Arbeit des Instituts of HeartMath an. Das ist eine Organisation, die seit über 19 Jahren die Psychophysiologie von Stress und Emotionen, sowie die Verbindungen zwischen dem Herzen und dem Gehirn untersucht. Die dabei hervorgebrachten Forschungsergebnisse sind revolutionär. Technisch gesehen konzentriert sich das Institut sehr auf die Untersuchung der Aktivität zwischen den Herzschlägen. Der Fachausdruck dafür ist Herzfrequenzvariabilität. Man nahm früher an, dass sein Herz im Ruhezustand wie ein Metronom schlägt, in einem regelmäßigen, ständigen Rhythmus. Akute Variationen des Herzschlags wurden normalerweise nicht bemerkt, wenn beispielsweise ein Arzt seinen Puls misst und dir sagt, dass er meinetwegen bei 70 Schlägen pro Minute liegt. Mithilfe von EKGs und Scannern für elektromagnetische Wellen können Wissenschaftler den Herzschlag in Echtzeit beobachten. Dabei wurde entdeckt, dass selbst ein gesundes Herz im Ruhezustand relativ unregelmäßig schlägt. Das Herz schlägt also nicht stetig wie eine Uhr, so wie angenommen wurde, sondern auch wenn es gesund ist, eher unregelmäßig. Warum ist das wichtig? Unser Herzschlag ist fundamental verbunden mit unserer Fähigkeit, auf Umwelteinflüsse und Herausforderungen zu reagieren. Wenn dein Chef hier extra Arbeiten gibt, zeigt dein Herz ganz genau, wie du wirklich reagierst. Wenn du kein Problem damit hast, wird das Herz seine Frequenz beibehalten. Wenn eine veränderte Situation aber Stress hervorruft, wird der Herzschlag auf jeden Fall um einiges chaotischer werden. Diese Fluktuationen des Herzschlags können durch viele Dinge ausgelöst werden und sind Indikatoren für unsere physiologische Belastbarkeit und unsere verhaltensmäßige Flexibilität. Die Forschungen des Instituts der Fahrtmacht haben ergeben, dass unsere Gefühle und Emotionen den größten Einfluss auf unseren Herzrhythmus haben. Wenn man den Herzschlag über eine Zeit grafisch aufzeichnet, wird die entstehende Wellenform Herzrhythmusmuster genannt. Unsere Emotionen wirken sich direkt auf dieses Muster aus, weshalb dieses Muster der Herzfunktion ein Indikator dafür ist, wie wir uns fühlen. Generell ist es emotionaler Stress, wie Wut, Frustration oder Nervosität, der zu einem chaotischen Muster wie diesem führt. Es sieht aus wie eine Abfolge von unebenen, zackigen Hügeln. Physiologisch heißt das, dass das Herz unharmonisch schlägt. Man kann das mit einem Auto vergleichen, bei dem man gleichzeitig Gas und Bremse drückt und dabei vielleicht noch vom ersten in den vierten Gang schaltet und wieder zurück. Die Fahrt wird sehr holprig, man verbrennt unnötig viel Benzin und schadet dem Auto. Genauso ist es, wenn sich das Herz in einem gestressten oder nervösen Zustand befindet. Der Körper funktioniert dann ineffizient, verbraucht zu viel Energie und verschleißt schneller, besonders wenn man oft oder über längere Zeit mit Stress oder negativen Emotionen behaftet ist. Wie ist es bei positiven Emotionen? Man kann einen großen Unterschied sehen. Sie senden ein völlig anderes Signal durch den Körper. Wenn wir erhebende Emotionen erfahren, wie Liebe, Anerkennung, Freude und Fürsorge, wird aus unserem Herzrhythmus eine sehr geordnete, weiche und harmonische Welle. Es besteht Ähnlichkeit zu den Wellen im Fahrspektrum. Man kann es vielleicht auch mit akustischen Schwingungen vergleichen. Dabei zeigt sich die harmonische Seite des Lebens. Und da die Natur auch voller heiliger Geometrie ist, verbindet man sich so auch intensiver und bewusster mit sich selbst und mit dem Universum. Es sollte also nicht überraschen, dass positive Emotionen sich so gut einfühlen. Sie helfen unseren körperlichen Systemen harmonischer zu werden und besser zu funktionieren. Das Institute of HeartMath hat nachgewiesen, dass anhaltende positive Emotionen dazu führen, dass sich der gesamte Körper in einen wissenschaftlich überprüfbaren Zustand der psychophysiologischen Kohärenz begibt. Psycho bedeutet Seele und steht für mentale Vorgänge und Emotionen. Physiologisch bedeutet körperlich. Kohärenz steht für die Harmonie, also für eine systematische oder logische Verbindung. Der vom Institut beschriebene Zustand steht also für die Harmonie des Körpers, des Verstandes und der Emotionen. Bei den vier Elementen steht die Erde für das physische, den Körper, die Luft für das mentale, das Wasser für Emotionen und Feuer für den Geist. Positive und gesunde Emotionen bringen drei dieser Elemente in eine Kohärenz, aber ich bin mir sicher, dass auch der spirituelle Aspekt Teil dieser Harmonie ist. Bei einem Experiment des Instituts wurden die Reaktionen von Testpersonen überprüft, bei denen sehr chaotische Emotionen induziert wurden. Für fünf Minuten wurden die Atmung, die Herzfrequenzvariabilität und das Herzrhythmusmuster gemessen. Direkt danach führten die Testpersonen die vom Institut ausgearbeitete sogenannte schnelle Kohärenztechnik durch, was Gefühle der Liebe und der Dankbarkeit hervorrief. Sofort begaben sich die drei Rhythmen in einen Zustand des Entrainments, in einer Harmonie miteinander und blieben auch in diesem Zustand. Es ist wichtig anzumerken, dass Kohärenz nicht Entspannung bedeutet. Der Prozess zur Entspannung ist ein niedriger energetischer Zustand, in dem man Körper und Geist entspannt und typischerweise keine kognitiven oder emotionalen Prozesse durchführt. Bei der Kohärenz hingegen ist man zwar ausgeglichen und balanciert, aber trotzdem energetisiert und agil. Dies ist optimal für Aufgaben, die Konzentration, Improvisation und Entscheidungsfreudigkeit erfordern, sowie für physische Aktivitäten und Koordination. Kohärenz ist also ein Zustand, in dem man sich praktisch immer befinden möchte. Wenn man nicht gerade entspannt, das kann ja auch mitunter ganz nett sein. Wie kommt man also in einen Zustand der Kohärenz? Zum einen durch die Atmung, denn die ist eng mit dem Puls verbunden. Wenn du merkst, dass du in einem mental chaotischen Zustand bist, nehme dir ein paar Sekunden, um dich zu sammeln und dich auf deinen Atem zu konzentrieren und atme lang und tief durch. Neben dem Atem helfen natürlich auch liebevolle und positive Emotionen, um in einen kohärenten Zustand zu gelangen. Es ist absolut nicht notwendig, sich permanent auf die Atmung zu fokussieren, aber es hilft sehr dabei, mentale Schwierigkeiten zu überwinden. Aus spiritueller Sicht ist Atmung allgemein sehr wichtig. Das ist eigentlich ein Thema für sich. Und ich empfehle, sich gerade bei der Meditation auf die Atmung zu konzentrieren. Sich auf die Atmung und das Herz zu konzentrieren, ist ein wunderbarer Weg, um bei der Meditation in einen ruhigen Zustand und tiefer in sein Selbst zu gelangen, während man diese positiven Emotionen aufrechterhält. In der Geschichte wurde das Herz in vielen Religionen und Glaubenssystemen als das Zentrum des Wesens angesehen, als die Quelle spiritueller Weisheit und von Eingebungen, Gedanken und Emotionen, eine Verbindung zum Göttlichen. Die Ägypter glaubten, dass Gedanken aus dem Herzen kamen, weshalb nach dem Tod des Pharaos sein Gehirn entfernt wurde, nicht aber sein Herz. Sie glaubten es für, er würde es weiter benötigen, das Gehirn hielten sie im Nachleben aber für nutzlos. In der westlichen Wissenschaft hielt man das Herz lange nur für eine Pumpe. Aber in den letzten Jahrzehnten wurden durchaus Fortschritte gemacht und man kommt dem Verständnis dieser alten Kulturen langsam näher. Im Bereich der Neurokardiologie hat man herausgefunden, dass das Herz sein eigenes intrinsisches Nervensystem besitzt, ein Netzwerk von Gehirnzellen mit über 40.000 Neuronen. Dadurch hat das Herz die Fähigkeit, unabhängig Informationen zu erkennen, zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Es kann sogar Dinge lernen oder sich erinnern. Einfach gesagt, man kann mit dem Herzen denken. Das Herz ist tatsächlich ein intelligentes System. Das Herz hat außerdem eine Hormondröse, mit der es zahlreiche Hormone und Neurotransmitter produziert, die ganz wesentlich das Gehirn und seine Funktion beeinflussen. Zu diesen Hormonen gehört Oxytocin, was als das Liebes- oder Bindungshormon gilt. Die Wissenschaft fängt auch an zu verstehen, dass das elektromagnetische Feld um das Herz nicht nur einen großen Einfluss auf den eigenen Körper hat, sondern auch auf andere Menschen um einen herum. Forschungsergebnisse zeigen auch, dass das Herz im Zentrum des emotionalen Systems ist. Das Herz reagiert nicht nur auf Emotionen, sondern sendet auch Signale aus, die unsere emotionalen Erfahrungen von Moment zu Moment entscheidend beeinflussen. Außerdem spielt das Herz eine Schlüsselrolle bei der Nutzung unserer Intuition. Uns wurde beigebracht, dass das Herz permanent Befehle vom Gehirn bekommt. Worüber weniger gesprochen wurde ist, dass noch viel mehr Befehle in umgekehrter Richtung vom Herzen ins Gehirn unterwegs sind. Diese Signale haben einen signifikanten Einfluss auf die Gehirnfunktion und wirken auf emotionale Prozesse sowie höhere kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerungsvermögen und die Problemlösungsfähigkeit ein. Lass dich von deinem Herzen führen, nicht von deinem Gehirn. Wenn du negativen Emotionen in so viel Platz einräumst, wird dir dadurch die Fähigkeit genommen, klarzudenken, dich an Dinge zu erinnern, Lektionen zu lernen, abzuwägen und effektive Entscheidungen zu treffen. Das erklärt auch, warum man unter Stress geneigt sein kann, dann impulsiv und unweise zu handeln. Die Signale des Herzens haben einen großen Einfluss auf das Gehirn, egal ob die Signale positiv oder negativ sind. Lebe durch dein Herz, denn dort ist das Zentrum des Einheitsbewusstseins. Das Gehirn steht für das Bewusstsein der Dualität. Man sieht es auch in der Anatomie. Das Hirn hat zwei Hemisphären, das Herz hingegen ist ein Ort der Einheit. Nach unserem bewusstseinsmäßigen Fall haben wir uns vom Herz zum Hirnbewusstsein bewegt und alle Entscheidungen wurden dort getroffen. Dadurch wurden wir polarisiert und verloren unsere Verbindung zum universellen Einheitsbewusstsein. Der momentan stattfindende Wandel ist die Bewegung vom Gehirn zurück in unsere Herzen, wo wir erneut die universelle und bedingungslose Liebe für alles und jeden erfahren und verstehen können. Auch für die, die sich selbst oder anderen schaden oder geschadet haben. Lebe in deinem Herzen, das ist der Weg zum Göttlichen.